ok hier sind wir bei den klassischen motorradjacken das ist die im marlon brandon style da haben wir verschiedene versionen einmal in dunkelbraun einmal in cognac ja mein zu der jacke muss ich nicht viel sagen das ist der absolute klassiker das material bei den jacken ist büffelleder ja auch mit baumwollinnenfutter jede jacke von uns hat eine nummer originaljacken aus unserer fabrik sind man kann die jacke natürlich auch ganz zu machen ist durchaus zum motorrad fahren geeignet der kürtel hat auch den sinn dass die luft von unten nicht reinkommt also der reißverschluss hat tatsächlich einen sinn bei vielen jacken ist der bloß aufgenäht der macht es tatsächlich enger ja ist trotzdem winddicht weil unten das leder eingeschnitten ist kalt worden